Hey Leute, ich bin Sebastian von The Wonder World. Ich habe mir etwas überlegt und zwar, wie ihr seht, das könnte alles euch gehören. Das Team von The Wonder World hat sich was für euch ausgedacht. Und zwar, ich stelle euch vor, jeden Tag ein Video von mir, eine Verlosung von mir und ein Geschenk für euch. Es gibt vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember jeden Tag ein Präsent für euch. Das kann alles mögliche sein. Ihr wollt vielleicht auf einen Workshop, vielleicht haben wir einen Gutschein dafür. Ihr wollt vielleicht neue Shirts, neue Klamotten, Accessoires, Gutscheine für ein Fotoshooting. Wir von The Wonder World stehen in Kontakt mit ganz, ganz vielen Menschen aus Deutschland. Menschen, die Tanzstühlen besitzen, Fotografen, alles mögliche. Und wir haben da schon einiges zugeschickt bekommen. Und ich freue mich so sehr, dass wir das machen können. Weil wir möchten einfach etwas Gutes tun. Ich habe in letzter Zeit so, so viel Gutes gehört und so viel Support bekommen. Und das möchte ich euch einfach zurückgeben. Und es werden auch ein paar Geschenke von mir dabei sein. Natürlich nicht nur von anderen. Und ja, wir sehen auf jeden Fall mal, wie wir da glücklich machen können. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, dieses Video mit diesen Geschenken einmal teilen. Dann kommentiert einmal das Video mit dem Namen oder mit hier oder ich oder hallo. Also, ja, lasst euch da was einfallen. Einfach um teilzunehmen. Das Ganze wird so ablaufen. Ich werde vom 15. November bis zum 30. November, werde ich alle Namen aufschreiben. Die kommen dann in einen großen Weihnachtstopp. Und dann vom 1. bis zum 24. Dezember werde ich jeden Tag einen Namen daraus ziehen. Werde aber schauen, dass sich die Menschen auch noch in der Zeit anmelden können. Bitte vergesst auch nicht, die Seite The Wonder World zu liken. Da, wo dieses Video gepostet wird. Damit wir dann so viele Leute wie möglich drin haben und glücklich machen können. Und, ja, ich glaube, das wird echt eine mega, mega geile Sache. Und vor allen Dingen werde ich definitiv ein bisschen rumfahren und Videos mit anderen Leuten machen, die dann euch etwas schenken. Ja, also das wird ein riesengeiles Ding und ich freue mich mega auf den Dezember. Und, ja, vielleicht ist das schon das nächste Geschenk. Oder das? Das? Oder... Das? Wer weiß? Ich freue mich auf den 24. übrigens. Ciao.